So, herzlich willkommen bei meinem Rundgang auf dem diesjährigen Cannstatter Volksfest. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Jetzt ist noch nicht so viel los, das ist okay. Laura, da hinten ist das Kleine, das habe ich gemeint. Siehst du das? Ja. Schokofrüchte, Schokobananen, Schockerdbeeren. Ah, da gibt es noch mehr Stände. Ne, na klar. So, Orient Express. Super Bowl. Jetzt bist du für ewig geworden. Okay. So. Aber wie heißt die Neuheit dieses Jahr? Booster, gell? Da müssen wir mal gucken. Greifautomat. Komm, wir laufen da aber rechts rum, weil da sind so viele Leute hier, ja? Juki, was geht da aus? Wie die alle gleich rein rennen. Pommes, der Pommes und der Brits. So, oder laufen wir am Rande entlang? Können wir eigentlich auch. Ja. So, auf ins Getümmel. So, auf ins Getümmel. So, auf ins Getümmel. Diein. Okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So War die letztes Jahr auch da, die? Nein, noch nicht Cool, ein Spinning-Cross Ist es das, oder? Was kostet das hier? Acht Euro Nie im Leber Also die Einlasskontrolle im Gegensatz zum Oktoberfest fand ich ein bisschen lasch, oder? Da wo wir reingekommen sind Ah, Laura, da ist der Rollercoaster Ah, Breakdance Breakdance Und mal stimmen, liebe Zuschauer Hat englisch schon mal mitgemacht hier Taktik Mamma Chichi Mal lassen wir mal die Puppen heute tanzen Hi everybody, everybody Rock, rock Hallihallo 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 Oatz Hallihallo Die Sonne kommt ein bisschen raus, ist auch cool. Crazy Time No. 2. Kitty Autoscooter. Glasfabrik. Outtransformer, das ist ja. Aber was war das? Disco! Disco people! Das war übel. Darf ich mal die Hände loslassen? Geben wir nochmal die Schuhe, 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 Schuhe. Gehen wir mal die Schuhe. Neugier ist das? Los gehts! Tränen wir uns! Ja, die Blumen! xxl krake von the king laura läuft nur hinten einmal rum das ist für uns eine version, the king, die ist nicht so hoch euromaus, oder? so aber es ist viel angenehmer, wenn nicht so viele Leute da sind, gell? ja dosen schmeißen imbisse pizza passione karmaster, eine kleine achterbahn oder kinderachterbahn, ja was kostet das? 3 euro euromaus euromaus, ne? so wieder so greifautomaten da hinten ist, da hinten ist was anderes dosen werfen musikexpress schau mal hier oben geradeaus? noch ein bisschen lauf mal geradeaus und dann heu mal rum, ja? schau mal, was die wildwasserbahn kostet, mach mal die kostet sieben euro so, wildwasserbahn schau mal reingucken 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 Oh, fuck you, du-du-du-du-du-du. Planet Rock mit Nelly Krumm und Schiefbau So Shake and roll 5 Euro ein Chip Riesenrad Normalerweise geht es da hinten noch ein bisschen weiter, aber das passt schon da ist ähm ok Kristallpalast Krumm 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 Ich weiß nicht, ob das neue ist Warte mal Was ist das? Musik Shop Musik 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 Kinder Der will rocken. So, alles macht ihr ab und zu überstandet hier. Black to base. Es muss da vorne sein irgendwo. Ich glaube, der Flimmo hat das letztes Jahr. Der Emanusikon der Flimmo hat die风 an. Lashu hat die Flimmo auf der Flimmo. Der hat die Flimmoans почему sie nach oben waren. Ich bin der Flimmoans. Aber sie macht die Flimmoans nicht nur Einwuch. Die Flimmoans nicht nur Emanuel, der ich in diesem Jahr deter. Die Flimmoans nicht nur Emanuel und der Flimmoans nicht nur Emanuel. Das war's für heute. Ach so, das ist das Gladiator, das war da links, gell? Letztes Jahr. So, die große Geisterbahn vom Schütze. So, das nächste Autoscooter ist der Oceantrip. Oceantrip, Miami. Gladiator. Ich hab dich tanzen gesehen. Ich hab dich tanzen gesehen. Das könnte sein. Das neue. So, jetzt kommt die neue Attraktion. Booster. So, jetzt kommt die Neuheit. So, jetzt kommt die Neuheit. Ey, das ist doch wie das Kickdown, so in der Art, oder? Ja, ja. Also, ich stell es mir so vor wie das Kickdown. So, jetzt kommt die Neuheit. Viva la France. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ach guck, die Laura, die hab ich gemeint. Die war doch am Eingang, gell? Ja. Mal nachher aufs Klo. Ja, ich auch. Ach so? Ja. Ja. Okay. Jetzt sind wir gleich vorne. Ja. Jetzt sind wir gleich vorne. Ja. Freifall Tower. Guck, hier hab ich gemeint. Rock'n'Roller. Ja. Cool. So. Big Bamboo. Big Bamboo. Big Bamboo. Big Bamboo. Ich hau aus dem Funhaus. Ich mir mal. So. Da Gögelessenmeier. Euro Coaster. das ist cool, das Teil, Blipper so, der Pusher Palais so, der Aeronaut so, der Pusher Palais 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 und die wilde Maus so, der Pusher Palais so, das war mein diesjähriger Rundgang ich hoffe, es hat euch gefallen lasst gerne ein Like da und ein Abo vielen Dank fürs Anschauen